Oh, ist das ein schönes Bild. Ach, Bennet, du bist so schmusen mit mir. Meine Klöße schmecken gut, aber die gibt es nicht. Eine Uppsala. Jetzt kommt einer alleine mit dem Ding. Das ist jetzt so groß geworden. Es sind schön großgewordene Kinder. Ja, du bist auch am Schimpfen. Warum schimpfst du denn? Warum schimpfst du? Mama, ich muss lecken. Das schmeckt gut. Das sind die fünf Freunde. Was haben wir denn noch alles? Das sind die fünf Freunde. Wollen wir noch irgendwas an den Flaschenchen stellen? Nee. Ah, doch. Da steht eine. Ich muss drüben. Ich friere. Warte. Hier ist noch eine. Die Musik war zu gut. Ja, ich spiel gleich noch ein bisschen weiter. Ja, was machst du denn? Was ist denn heute mit der Diony? Was ist denn, was ist denn die? Wie oft? Ja, ich spiel zum Beispiel. Ja, ich schimpfst. Was ist denn? Das ist schön. Wie gut. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.